Also ich stelle mir die Hochzeit richtig geil vor. Auch liebevoll, bis über manchen soll es auch sein. Aber an erster Stelle Spaß und viel, 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 viel Alkohol. Und die Gäste, die machen schon Gaudi, also da geht schon was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bin auf die Knie gegangen. Genau, hab ich dann ja gesagt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.